Sie hörten Jens Henrik Jensen, Ochsen, gefrorene Flammen, gelesen von Dietmar Wunder. Ja, liebe Freunde des guten Hörbuchs, das war jetzt das Ende der Ochsen-Trilogie, gelesen von Dietmar Wunder. Und wenn Sie Dietmar Wunder einmal live erleben wollen, dann kommen Sie doch am 23.11. nach Oerlinghausen. Er ist ja nicht nur ein ganz toller Hörbuchsprecher, sondern auch die deutsche Stimme von Daniel Craig als James Bond 007. Und da ist er natürlich der passende Gast bei unserem Abend, ein Quantum Bond. Wir würden uns freuen, Sie dort zu sehen.